Eine Person im Fahrzeug wird gerade geborgen, ansprechbar. Dem hätte ich jetzt nicht geholfen. Die fluten unser Land und ruhen sich hier auf unsere Kosten aus. Sollen gefälligst bleiben, wo sie herkommen. Hilfsbereitschaft ist bei der Feuerwehr das A und O. Für Fremdenfeindlichkeit ist da kein Platz. Michaela ist an sich recht ruhig, freundlich und aufgeschlossen. Aber wir kennen sie natürlich erst kurze Zeit und wissen nicht, was dahinter steckt. Michaela, was ist denn los mit dir? Zum Glück hat mir Michaela in unserem Gespräch diese Nachrichten gezeigt. Ich habe versucht ihr zu vermitteln, dass jedem Menschen, egal welcher Herkunft, Religion, Alter und Geschlecht geholfen wird. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir beraten und unterstützen Sie.